so willkommen zurück zur folge 105 und heute gucken uns wieder mal ein video an aus dem bereich mein supermarkt selbstversorger keller also quasi vorratskeller eines kleinen selbst versorgers das ist ein kanal den habe ich auch erst vor kurzem entdeckt da ist am kirschbaum links hat fast 10.000 abonnenten wo das video sehe ich das schon vor drei jahren gemacht wurden aber egal jetzt gucken wir uns mal an was er da alles schönes hat ich sage mal ganz ehrlich beneidet immer die leute die zeit dafür haben die das können auch vor allen dingen selber pflanzen gemüse und so weiter anzubauen und zu ernten und einzukrochen und dann entsprechend halten gesunden vorrat anzulegen hat und nicht nur dieses gekaufte zeug ich das zum beispiel haben mangelzeit und so weiter also ich bin gespannt auf geht's fangen wir mal an am besten am besten wir fangen anfang an oder ja so machen wir es viele von euch haben sich ja gewünscht mal einen blick hier unten in unseren selbstversorger keller heute ist es endlich soweit ich habe es endlich mal geschafft wenn man die kamera mitzunehmen hier ein bisschen ordnung zu machen und die kamera hier hinstellen kann ist momentan auch relativ großer lagerplatz für allen möglichen kram aber da bin ich dran aufzuräumen aber das ist ja heute nicht thema sondern thema ist heute selbstversorger ring das sind doch auch diese ikea regale war wie ich sie auch habe hinten mit diesen schrägen mit diesem halte kreuz oder diese stützen hier und die sind einfach nur lasiert oder eben braun gestrichenheit die gleichen habe ich auch das ist optimal egal selbstversorger keller was so alles eingelagert wurden die letzten jahre da würde ich euch gerne heute mal mitnehmen aber wie ebi und ich keller hier gerne immer nennen ist unser supermarkt der supermarkt des selbstversorgers und ich würde sagen wir fangen am besten mal da unten an ja hier unten stehen zum beispiel die saatkartoffeln schon mal für nächstes jahr die haben ja fangen leider schon ein bisschen an zu keimen hier habe ich dieses jahr mal in sand eingespritzt und dann ist den sand eingeschlagen die sorte ag ja hinten habe ich noch große eimer auch da die kartoffeln in sand eingeschlagen ich will mal gucken ob es dieses jahr besser funktioniert dann hier eine kiste mit den letzten kartoffeln der rumtopf hier wahrscheinlich auch selbst geerntet was rumtopf ist dieses jahr auch leider wieder leer ich hoffe ich schaffe es nächstes jahr den mal zu befüllen hier hinten sind noch ein paar kartoffeln der blaue schwede die kommen zu silvester in den kartoffelsalat für die farbe und dann hier ganz viele saatkartoffeln einmal rosara laura dann habe ich noch ein bisschen jelly aufgehoben ich glaube das auch irgendwie so eine wissenschaft für sich oder weil die ganzen unterschiedlichen kartoffeln für mich sind das kartoffeln kartoffeln ja also ich ganz ehrlich könnte das gar nicht unterscheiden was was ist aber finde ich finde ich cool und hier unten sehe ich ist noch eine mix entdecke immer wieder wissenslücken und ja bildungs lücken auf jeden fall bei mir ganz klar aber deswegen gucke ich mir so videos an da kannst du nur von lernen das ist einfach so das kiste also die kann damit drauf die wird zum verkochen benutzt hinten noch zwei hokkaido kürbisse und ein großer jack o'lantern der jack o'lantern der muss aber auch so langsam jetzt verarbeitet werden der überschreitet dann seine lagerfähigkeit also kommt ja wie viel wie viel pötte suppen kannst du davon machen wahrscheinlich kannst du eine ganze woche von essen oder so gehen wir mal weiter in die konservenabteilung haben wir denn hier haben wir jetzt noch zwei gläser bohnen von 2017 was heißt 2018 2017 sind sie wahrscheinlich gemacht worden ich weiß nicht wie lange hält sich sowas auch ohne ende oder wenn die eingekocht sind wenn die luftdicht sind oder kannst du doch lagern jahre wahrscheinlich die müssen sie langsam weg weil ich habe mir so als stichtag gesagt oder gegeben oder stichtag stich ja maximal die sachen so zwei jahre aufziehen also müssen die auch jetzt langsam weg also zwei jahre hier fehlen leider die schilder aber das müsste also quasi keine langzeit lagerfähigkeit sondern halt zwei jahre wie jetzt die normalen konserven so aus dem supermarkt halt auch zwei jahre ok also innerhalb von zwei jahren verbrauchen oder neu machen ja gut hast du da noch neue ande und so macht er durchaus sind von 2018 die halt 2019 einige gruppen sein oder gewürzgruppen sind hier drin dann haben wir noch tomatensoße von 2019 in tomatensoße mit ganz viel heiße aubergine ist hier drin da haben wir noch ein bisschen rotkohl von 2018 hier sind die gewürzgruppen von 2018 sauerkraut sauerkraut muss auch noch weg auch von 2017 auch so lange verborgen werden wie cool ist das denn oder wenn du dir die arbeit einmal gemacht hast und ich habe ja das ja schon ganz oft gesehen auch bei anderen videos die ich mir angeschaut habe hier zu dem thema selbstversorger im endeffekt der aufwand ist wahrscheinlich der gleiche ob du jetzt eine portion gulasch zum beispiel macht oder zehn und das was halt nicht gleich gegessen wird wird eingekocht und dann hast du dann ja die sachen im keller stellen gehe ich dann einfach mal um das ist ja okay alles klar es gibt heute sauerkraut tomaten aubergine dieses jenes das ist schon cool das schon cool und das gold der kinder tomaten ketchup darf auf gar keinen fall fehlen wenn ich irgendwo videos dazu habe die verlinke ich euch mal alle oben rechts im eck oder unten in der infobox auch hier wieder gewürzgurken 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 sind von 2019 so dann haben wir die marmeladen die irgendwie nie deswegen ich habe mich mit marmeladen machen da muss ich mal gucken dass ich die wirklich in den zwei jahren auf brauche jetzt habe ich letztes jahr stachelbeermarmelade gemacht wieder ein bisschen sauerkirschmarmelade dann haben wir hier johannisbeermarmelade von 2000 meine oma auch ohne ende da haben wir im keller noch stachelbeermar also eingekochte stachelbeermar gefunden von keine ahnung deutlich vor der wende ist nicht jahr und 1900 paar 90 oder black hat sparen 80 oder so also fast 18 hier ist wieder zu sauerkirschmarmelade aber ich sehe schon die sieht nicht mehr so lecker aus die wird wahrscheinlich weg kommen wahrscheinlich so eine gewisse prozentsatz verschleißt ist aber halt auch so ein bisschen ab und zu muss man was wegschmeißen haben ja schon ein video hier von selbstversorger ricotti gesehen ein bisschen schwund ist halt immer irgendwie marmelade johannisbeermarmelade auch von 2019 hier ist noch johannisbeermarmelade von 2017 also ihr seht macht nicht gut marmelade jetzt für mich nichts weil bringt mir nichts wenn ich keine marmelade es macht nicht wirklich sind aber diese fertigen tomaten sachen hier das ist zu viel marmelade also wir essen nicht zu viel marmelade mal vielleicht in einem joghurt drin oder aufs brot am wochenende ansonsten ist mir so wenig so gut wie wenig wie wenig sehr selten marmelade deswegen hält die bei uns mal ewig genau wie der flau muss jetzt von 2018 ja 1 2 3 4 5 4 reihen 5 gläser 4 4 leser 16 leser halten auch da kann man vielleicht tauschen oder was man sich verschenken halt oder so oder tauschen ich würde da die ganze zeit nur gulasch chili con carne gejagtes und so ein zeug das würde ich die ganze zeit wahrscheinlich drei drei jahre und nach drei jahren wenn die alle sind kann man den die neue charge machen wie der sauer kirschmarmelade von 2018 erdbarer war marmelade auch von 2018 schon viel marmeladen bräuch dieses jahr und nächstes jahr auf gar keine etage weiter nach oben und was wäre dann kirschbaumgarten ohne eingelegte kirchen das geht doch nichts über einen kompott mit eingelegten kirchen einfach nur geil lecker schön offen ja in dem joghurt zum beispiel drin oder einfach nur so zu löffeln apfelmus habe ich auch noch von 2018 hier oben stand noch letztens einer von 2017 der ist jetzt alle also nur noch 2018 apfelmus da wird dann ich würde vor allen dingen mal interessieren was er hier in den kartons überall hat ja 2020 neuer gemacht große charge damit sich die sache auch lohnt also ich mache mal so zwei jahres rhythmus immer neue sachen bürgen kompott aus den naschi bürgen auch göttlich lecker wie ihr seht die sind so schnell weg gewesen so schnell kann man gar nicht nachmachen eigentlich das habe ich mir noch gesichert die naschi das sind diese bapfel oder bapfel die so aussehen also die so so wie eine berne aussehen aber irgendwie wie ein apfel schmecken so ungefähr oder das sind doch die naschi für guten anlass und rote beete im dezember 2018 gemacht davon haben wir auch noch genug gläser also bis die alle sind ende 2020 kann ich dann wieder neue machen und was stehen sie die letzten allerletzten gläser und honig mein letzter eisernen vorrat das ist natürlich cool gleich eine imkerei noch mit dabei und die heißt auch am kirschbaum links sehr sehr cool wir haben ja bei uns im ort auch imker die die bienen auch oder ihr bienenstöcke oder das heißt tatsächlich in der nähe von unserem kleinen wald grundstück haben gatten grundstück und von dem beziehen wir das auch manchmal also manchmal eine größere menge gekauft das schon richtig gut der honig selbstgemacht hat aufgrund ist aber auch nicht billiger als wenden im land also im laden kaufen ist es günstiger zum beispiel jetzt im winter verbrauche ich oder in der kalten jahreszeit verbrauche ich sehr viel tee sehr viel honig im tee hier machen wir schwarzer tee mit honig und da geht also so eine 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 quetschpackung hier die geht dann schon mal in der woche drauf also kommen in einer kanne 1,5 liter tee immer so 90 bis 100 gramm von dem honig da nehme ich tatsächlich auch den billigen aber da ist mir wirklich das geld zu schade den guten honig da rein zu ballern weil im endeffekt schmecke ich keinen unterschied daraus auf dem brot schönes butterbrot oder so brötchen mit honig ja dann soll schon der gute sein aber ich glaube ich habe die dinger im aldi oder irgendwo mal für 2,99 oder so gekauft 500 gramm packung also hier diese diese dinge aber das habt ihr ja auch wahrscheinlich gesehen in meinem video zur zu meinem vornartsregal da sind die ja die verbrauche ich halt jetzt überminder extrem oft auch wenn die nach einer gewissen zeit schon so fest werden nicht mehr so ganz flüssig musste dann schon irgendwie mit einem stöcher da rein und so in das teil aber ja da ist der verbrauch über die kalte ja auch seit bei mir ganz krass na so was haben wir hier oben tomatensoße die gute tomatensoße die darf natürlich auf gar keinen fall fehlen standard tomatensoße mit tomaten ein bisschen paprika ein bisschen chili drin und ganz vielen gewürzen komplette grundlage dann haben wir ja noch eine ich hatte ich genau hatte macht so viel bodensuppe eingekocht auch die eingekocht gekocht und die war zu viel gewesen also habe ich mir noch mal richtig heiß gemacht gläser eingefüllt kurzen weg automaten und ja somit habe ich für die kleinen kleinen snack zu durch und kleines lippchen und hier wird die stapeln bis zur decke genau das ist ja das coole an diesen ikea regal an dieser iwa serie also ivar ich habe hier auch hinter mir seht ihr hier im office im studioraum im lager privat wie im geschäft überall diese ikea regale hier diese teilchen die kannst du nämlich wunderbar stapeln und die gehen bis hoch diesen zwei meter und noch was hoch da kannst du genau wie er es hier zeigt hier im video wirklich bis unter die decke stapeln seht ihr auch in meinem video zu wo ich meinen vorratsregal vorstelle aber es geht wirklich auf einen zentimeter bis unter die decke kann man den platz richtig krass gut ausnutzen das ist absolut cool der altbaukeller da sind die decken nicht so hoch also kann ich nicht so hoch stapeln selbst in der garage bei mir wo die decken tatsächlich nicht so hoch sind wo ich nicht mal ein 2 meter 20 regal aufstellen konnte dann habe ich halt ein paar zentimeter abgeschnitten irgendwie so 10 12 zentimeter und habe trotzdem die komplette fläche bis zur decke ausgenutzt das ist schon cool und ist auch nicht so teuer glaube ich als die also zumindest wo ich sie gekauft habe ich habe ich nutze die regale von ikea schon bestimmt 15 jahren 2008 der 2008 2007 2008 ja ja da man hier oben noch genau den apfelmus und hier experimenten habe ich frauen eingekocht für den kuchen die werden normalerweise ja in flüssigkeit engel eingeweckt aber die hier nicht die werden einen eigenen saft ein kotter werden nur eingeschichtet und dann wenn die eingekocht und dann liegen die im eigenen saft und können dann so viel kuchen jetzt hätte verwendet werden bin ich mal gespannt werde ich demnächst mal einen kuchen machen und euch berichten also schaut mal bei instagram vorbei da kommen ab und zu mal ein paar beiträge und da ja die birnen die naschi birnen so schön so lecker schmecken habe ich noch schön naschi birnen muss man auch sehr göttlich so jetzt waren wir in der abteilung der festen lebensmittel jetzt kommen wir in die abteilung der macht wo sind denn jetzt die ganzen fleisch konserven oder ist er vegetarier da war doch bis jetzt noch nichts an toten tier dabei oder auch menschen schade 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 wie gesagt ich würde da wahrscheinlich gulasch suppen machen ohne ende gulasch kann der kanadien art gulasch ungarische art chili con carne und alle möglichen gehacktes und keine ahnung was alles gibt schönes zeug nicht so festen lebensmittel wie den ganzen säften und den likören hier ist ein schöner leckerer bärenlikör hier sind brombeeren drin hier sind johannisbeeren drin mit zucker und ordentlich wodka aufgemengt die liegen jetzt hier schon über ein ja stimmt über ein jahr anderthalb jahre jetzt hier drin und hinten habe ich noch ein glas zwitschert sich ab und zu mal ein oder weiter da sind drin fläumchen und mit den kernen und mit der handel geschmack so ein bisschen raus zu kitzeln gut weiter in der saftabteilung kirchen 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 der kanal heißt nicht und am kirchbaum links heißt warum deswegen gibt es hier ganz viel kürzhaft kürzhaft sauer kürzhaft sauer kürzhaft würde mich schon mal interessieren wie das zubereitet wird also ich denke auf den kanal findet man bestimmt auch videos dazu wie die kirschen zubereitet werden also hier diese abfelsaft kleines restlein was haben wir denn hier unten sauer kürzhaft sauer kürzhaft sauer kürzhaft nehme ich mir vor so ein weg automaten und dann geht es mal los mit solchen sachen als viel süß kürzhaft sondern lasst uns mal gucken weil es gibt ja nicht nur konserven hier und dann kann aber noch kein tiefkühler und ein paar sachen drin wie zum beispiel ein paar leckere johannis gefroren schön die ganzen also die heile gebliebenen früchte locker auf einem blech gelegt eingefroren und dann erst in den behälter also nicht im stück ein behälter einfach reinschütten sondern erst auf einem kleinen tablett oder irgendwas habe ich etwas wie genau reinpasst kann ich die schön einfrieren dann sind die schönen gefroren und dann kann man den behälter machen und dann kann man nämlich immer das war nicht so laut schütteln dann sind die wieder lose und backen nicht so komisch zusammen als wenn man jemand mit einem stück in so schüttet also was haben wir hier noch hier haben wir drin zucchini schnitzel nämlich mal gerne für kartoffelpuffer also zucchini kartoffelpuffer grundlage die kurz aufgeführt haut und dann in die kartoffelmaße mit eingearbeitet auch ein gedicht und ganz viele lauchzwiebeln lauchzwiebeln ist immer herzlich willkommen in der schönen schönen fangen gericht einfach lecker hier sitzt hier oben sind auch alle ganz viel hier genau hier habe ich bratensoße noch drin ich mache meinen großen topf mit bratensoße und friere mir das immer ein dann habe ich immer eine kleine funktion für meine leckere veganer bratensoße alles klar okay das war der stichwort ich habe mir schon gedacht jetzt nirgendwo irgendwie todes tier drin und dann erzählt auch einmal bratensoße okay alles klar vegane bratensoße macht da großen top okay video wird bestimmt dazu auch noch folgen so was haben wir hier noch ganz viel petersilie ist viel lauchzwiebeln sagen wir hier drin haben wir hier drin was haben wir denn hier drin genau hier spinat einfach spinat eingefroren video wie gesagt auch oben rechts verlinkt bzw unter infobox und ja das war es in der etage gehen wir mal nach oben hier oben haben wir noch ein paar märchen die habe ich mir letztes jahr auch eingefroren letzten resten hier ist noch ein bisschen petersilie und dann sind hier nur noch ganz viele pflaumen mit dem pflaumen ich mache es mal auf mit den pflaumen mache ich es genauso wie mit den johannisbeeren erst auf dem blech legen und dann wenn die eingefroren sind kommen die erst in die box und dann sind die auch so schön locker hier drin eingelagert und das war es in meinen tiefkühlern mehr habe ich da nicht drin reicht aber auch also schon jetzt habt ihr mal gesehen was hier so alles noch in meinem keller rumlagert kartoffeln sind es dieses jahr nicht wirklich viel gewonnen aber es liegen noch draußen kartoffeln in den eimern die würde ich so gut wie also gut wie lange wie möglich draußen in den eimern lassen gucken wie lange die durchhalten ist im experiment ist ja auch von die lange in den einmal lagern kann oder nicht ich werde früher ernten und mal gucken was da passiert und mich wurde jetzt mal investieren was lagert ihr alles so ein was habt ihr in euren kellern und konserven in tiefkühlern etc und ja wie lagert ihr euer frisches gemüse habt ihr draußen in erdmiete oder irgendwas also schreibt man gerne alles und in die kommentare und mir bleibt auf jeden fall noch zu sagen vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal bin ich euer thomas den kanal merken auf jeden fall mal vor das fand ich richtig cool am kirchbaum links erst mal direkt abo da lassen leiden klar ja gut was soll ich das schreiben die lagern wir die lebensmittel habe ich ein video darüber gemacht kartoffeln und sowas habe ich selber gar nicht gelagert meine eltern die haben einen kartoffelkeller tatsächlich wo eben solche sachen drin liegen aber ich habe ich selbst hat mehr auf konserven halt und natürlich auch langzeit lebensmitteln habe ich aber auch ein video schon gemacht darüber findet ihr alles aber das noch mal gucken was er hier alles noch zu bieten hat am kirchbaum links ist auf jeden fall erst mal sehr sehr cool was macht er vom gartenrundgang ok anbaufläche wiese hat er zeigt er wirklich alles wie hier beete vorbereitet ok damit da muss ich auf jeden fall mal reingucken das ist cool kann man nur lernen werden irgendwo konfitüre arbeiten und ernten im september ja klar bevor das ganze halt in die in den keller kommt er kauft das ja nicht irgendwo macht er alles selber da muss natürlich auch erst mal geandert werden das jetzt natürlich auch wahrscheinlich einen sehr sehr hohen aufwand voraus imker macht er auch hat er gesagt cool was kommt rein ins gewächshaus das ist wirklich das ist wirklich interessant okay also kanal ist auf jeden fall abonniert das gucken wir uns da gucken ab und zu mal rein hier regelmäßig neue videos sehr sehr cool okidoki prima ja auch immer durch mit dem video denkt man es hat euch auch gefallen also ich fand es echt cool interessant und wie gesagt man dann denn man lernt immer kann man kann nur lernen von den leuten deswegen ist ja youtube so genial weil die leute ihre sachen vorstellen hier wo sie selber erfahrungen mit gesammelt haben und auch ein wissen weitergeben und das ist super ich finde es cool und dann ja dann sage ich nur noch tschüssi bis zum nächsten mal immer dienstag donnerstag ihr wisst bescheid 18 uhr lasst doch gerne mal abo hier da gerade jetzt wir haben jetzt ende november auch anfang dezember und im dezember gibt es natürlich auch wieder viele eigene videos nicht nur die reaction videos aber die gibt es auch weiterhin regelmäßig obwohl man schon bei der folge 115 ich wollte euch nur 100 machen aber irgendwie hat mir das so gut gefallen nicht mit der so dran gewöhnt weil ich meine ich gucke ja auch ganz 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 oft bei anderen kanälen reaction videos weil da hast du ja gleich zwei informationen einmal die informationen aus dem video selber und dann noch die kommentare um bestimmte sachen eben noch mal einzuordnen oder ja zu ergänzen zum beispiel ich finde das klasse so also in diesem sinne macht's gut bis demnächst